Jo, und weiter geht es. Letztes Mal haben wir den guten alten Alfin, den Apotheker uns geschnappt. Den würde ich jetzt tatsächlich gerne für den nächsten Weg austauschen. Und zwar gegen... weiß ich gar nicht. Ich glaube gegen den Dieb würde ich gerne tauschen. Dafür müssen wir aber erstmal irgendwo reingehen, hier hinten. Ach, guck mal, hier können wir uns auch noch erkundigen. Vorräte im Überfluss. Ein treuer Liebhaber von Max Küche, der bereits jedes Gericht auf der Karte gegessen hat. Kein anderes Mal scheint seine Genüsse zu befriedigen und in letzter Zeit weigert er sich zum Kummer seiner Familie zu Hause zu speisen. Schmied und Plattner der Stadt haben neue Waren. Nicey nice. Das ist doch mal was, oder ist das nix? Diese Königin... diese Köchin... Königin... Köchin verwendet nun den besten regionalen Fisch, um einfache Gerichte zu zaubern, die jeder mag. Jeden Tag strömen Leute, die... strömen die Leute in ihr Wirtshaus, um sich an dem zu ergötzen, was einige als den wahren Geschmack Klarachs bezeichnet. Okay, cool. So, pass auf, ja. Und hier kann man nämlich auch seinen Ruf wiederherstellen. Das ist das, was ich Andi heute noch sagte. So, ich hätte gern Therion wieder drin. Und dann können wir direkt mal gucken, ob wir hier noch was klauen können. Schmauns! Was geht? Mahlzeit! Was hat hier mit hier? Garnelen mit Soße. Der ideale Köder für Plundern. Wow. Okay. Ich weiß, ob wir noch angeln können. Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier denn schon alles geguckt, was wir klauen können? Das ist alles ein bisschen... Ähm... Ein bisschen schwierig alles. Das können wir alles klauen. Hattest du einen geilen Start in die Woche? Ja, Mann. Same. Und wieder Hardcore. Die Sucht kickt rein. Die Sucht kickt so hart rein. Ähm... So, warte mal. Die Axt. Ist die denn vielleicht was Besseres? Für... Nicht wirklich, aber schon so ein bisschen. Achso, nee, die ist nur genauer. Nee, dann nicht. Das wollen wir nicht. Joa, ich hatte heute einen ganz entspannten Tag eigentlich, tatsächlich. Oh. Scheitert noch viermal und der Ruf wird leiden. Jetzt muss ich mal gucken, was das kostet. Achso, okay. Ja, tatsächlich einen relativ entspannten Montag. Das ist eigentlich eher selten bei uns. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Weil wer bin ich, dass ich mich beschwere? Wenn der Tag mal nett wird. Irgendwo gab es hier doch so eine ultra krasse Axt, oder nicht? Wer war denn das? War das nicht hier in der Stadt? Offensichtlich nicht. Naja. Das ist das kleine Mädchen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall mit jedem Level, das der Dieb kriegt. Das heißt, wenn der gut gelevelt ist, dann ist das alles gar kein Thema mehr. So, hier mal gucken. Ja, guck an. Hallo, hallo. Hallo. Wie geht es dir? So, jetzt wollen wir aber weiterziehen und endlich die Tänzerin als unser Objekte-Begierde uns besorgen. Bisschen müde, aber sonst gut. Ja, das geht ja noch. Das ist ja, das lässt sich ja verschmerzen, würde ich sagen, oder? Jo. Löcki löck. Nice. Hat die da hin auch noch was? Schön alles klauen. Deswegen habe ich die Dieben mit. Oh. Geht doch. So, warte mal. Wir haben doch auch noch hier... Accessoires. Gerade vor Schlaf. Erleuchten, der Orient ausweichen. Plus 10. Das wäre ja tendenziell gut für unsere, die nicht so viel haben, ne? Man sieht ja zum Beispiel noch gar nichts befehlen, der O-Ring. Okay. Time to teach you a lesson. So, was I'm in here? I don't know. An interesting dilemma. Wait. I don't know. Well. Was ist deine Lieblingsrufe? Was ist dein Lieblingsruhe? Was ist deine Lieblingsruhe? Der Krieg ist wirklich geflüchtig. Der Krieg ist wirklich geflüchtig. Lass meine Aeroflüge. Ich bin dein Lieblingsruhe. Oh, Ice! Hier kommt's Ruh. So, auf jeden Fall viel, viel kämpfen. Äh, haben wir noch... Was ist denn eigentlich die Untersuchung? Achso, da können wir nur unsere Tiere angucken, okay. Ähm, Fertigkeiten, haben wir hier noch irgendwas? Warte mal, 3000 haben wir schon. Ne, hier wollte ich auch nicht hin, oder? Wollte ich nicht hier irgendwo lang? Ne. Wollte ich hier lang. Ja! Oh, Ice, hier ist der Brune. Coming, if... Nya! Victory! Tschüss. Easy peasy. Südlicher Klarnaubergang. Ich glaube, da müssen wir richtig sein. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so briny wird. Also, ich vermute mal schon. Aber das werden wir sehen. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen nach Sonnenschatten. Wo ging es nach da oben? Da oben ist eine Höhle, ne? Da gehen wir natürlich einmal kurz rein. Die Zwillingsfälle. Guck mal, das ist ja cool, dass wir hier speichern können. Dann können wir hier mal kurz gucken, was hier so abgeht. Ich muss schon mal ein bisschen Stuff holen. Übersinnlicher Stab. Junge, nehmen wir. Guck mal, was hier so für Gegner aufwärts waren. Letten my arrow fly in true. Wieso war er denn jetzt zweimal dran? Now, what next? Outta my way. Okay. Now, I will cut you down! An interesting dilemma. Tschüss. Easy. Thus ends your lesson. Oh, 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 oh. Oh, das gibt aber gut Stuff hier. Oh man. Fliegfuß, erhöht das Tempo des Charakters, der sie ausgerüstet hat, auf 50. Oh, lol. Nehmen wir. Oh, da unten geht's auch noch weiter. Ach, die Viecher wieder. Oh, guck mal, da hinten ist doch wieder so'n Duke, der so übelst krass ist, ne? War das nicht der? Ja, das war der. Boah, das heißt, es gibt ja wieder übelst XP hier. Okay, aber das ist doch halt auch scheiße, weil alle irgendwie... Ach, come on. Okay, der Verfahrt fieselt sich. Okay, trotz Blind, nice. Oh, ice. Oh, ice. Get the crew. Oh, ice. Here's the crew. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Gary! Was geht ab? Vielen, vielen Dank für den sechsten Monat. Ehre! Ehre geht raus an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, du siehst, ich bin wieder hart am Suchten. Es ist schlimm mit mir, ey. Bin auch am überlegen, zu einer Beratungsstelle zu gehen, aber naja. Oh, alles bestens bei mir. Netten Start in die Woche gehabt tatsächlich, also relativ entspannt. Und dann dachte ich mir heute, komm, was soll der Geiz? Jetzt kloppen wir einfach mal den Stream an. Der eine oder andere wird schon vorbeigucken. Und jo, so ist es. Und jetzt gucken wir mal, jetzt hab ich mich ein bisschen ablenken lassen. Ich wollte eigentlich mir die sechste, den sechsten Dude holen, aber... Jetzt bin ich hier an der Höhle vorbeigekommen und jetzt hab ich gedacht, komm, machst du die Höhle mal. Ich merk schon, die sind relativ stark hier, die ganzen Boys. Aber... Let's in the hunt beginnen. Wer ist das so? Weißen wir uns mal kurz ein bisschen durch. Ich kann's nur empfehlen, also bis jetzt... Mega, mega guten Kumpel, der das auch gerade zockt, der sagt, es wird irgendwann noch... Hard grindy so, aber... Aber ich kann's nur empfehlen, halt wie gesagt, die ganze... Der ganze Artstyle und so, das gefällt mir so gut. So, warte mal, wo kommen wir denn jetzt? Hier waren wir. Hier waren wir auch. Wie komm ich denn da runter, sag mal? Das Gefühl von Gefahr ist überwältig. Ja komm, wir haben eben gespeichert, was soll's. Oh, was ist das denn hier? Smepo, oder was? Ach, du heilige Klamotte. Okay, vergiss es. Ach, du heilige... Okay, vergiss es. Ah, bleh. No! What next? Outta my way. Hier. So, wichery. Oof. My turn. Here. Wie lange schlafen die noch eine Runde? Okay, dann kann er... Mal gucken, was die letzte... Schwäche ist. Oh, die haben wir nicht. Müll. I'll take this. Warte mal, was haben wir denn? Wie sieht denn das aus gerade? Okay, was haben wir denn? Haben wir nicht? Warte mal, was ist denn das für Damage? Endlicht. Dunkelheitsschaden. A gift for... Ja, nice Outta my way Now, what next? Excuse me A gift for you The battle is truly joy Ha! I still have... So much of this The battle is truly joy Okay Use this Use this Outta my way Here Coming if you're coming Outta my way Outta my way Keep it You can't find out I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I? Also der Gegner... Also wir hätten definitiv noch nicht hier sein sollen Ah, come on! Come in, if thou deftest, you can't open back nothing. Now, what next? I don't know if there's anything else. A gift for you. The victory shall be mine. Out of my way! Alter, der hat halt auch noch nichts verloren, ne? Now that the true lesson begins. I'll take this. Let in the heart... Yeah! ... 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 jetzt so ein bisschen so ein bisschen rollenspiel aktion wir haben uns jetzt hier gerade in weiß ich nicht wie die stadt heißt eingefunden um die letzte begleiterin uns quasi zu besorgen und mal zu gucken was wir so für kram wir haben eigentlich so viel kram verkaufen können brauchen wir zum beispiel ja obwohl wir lassen es erstmal i remember ja war jetzt hier speicherpunkt speicherpunkt ist da so den speichern wir jetzt hier mal